Die größten Neuigkeiten, die kamen sicherlich aus Feinza. Am Mittwochabend ist in einer Presseaussendung die Bombe geplatzt. Darin hieß es, dass Franz Toost am Ende der Saison 2023 als Teamchef zurücktreten wird. Das sind natürlich wahre Breaking News. Franz Toost ist seit 18 Jahren Teamchef in Feinza, muss man sagen. Zunächst der Scuderia Torrosso, jetzt der Scuderia Alfa Tauri. Seit Red Bull das Menari-Team übernommen hat, ist Franz Toost also auf dem Thron in Feinza. Aber damit ist er, nach seinem Kollegen bei Red Bull, Christian Horner, der dienstälteste Teamchef in der Formel 1. Und wir haben uns in der Redaktion mal die Mühe gemacht und haben das in Amtszeiten des ehemaligen Ferrari-Teamchefs Marco Mattiacci umgerechnet. Insgesamt ist Franz Toost seit 33 Mattiaccis im Amt. Damit findet am Ende der Saison also ein wahrer Paradigmenwechsel in Feinza statt. Er hat Ehren geprägt, er hat Erfolge gefeiert. Sicherlich 2008 der erste Sieg des Rennstrahls und der erste Sieg von Sebastian Vettel. Wir alle erinnern uns an dieses Rennen in Monza und an gleicher Stelle im Jahr 2020 nochmal ein Sieg der Scuderia Alfa Tauri dann schon mit Pierre Gasly. Das waren sicherlich die Meilensteine, die Höhepunkte. Abgesehen davon natürlich, dass Franz Toost viele großartige Fahrer ausbilden konnte bei Torrosso und Alfa Tauri. Wir erinnern uns natürlich vor allem an die mehrfachen Weltmeister Sebastian Vettel und Max Verstappen. Alle sind sie durch die Schule von Franz Toost gegangen. Aber man tendierte dazu, sowas immer zu glorifizieren. In letzter Zeit lief es nicht mehr so besonders gut. In der abgelaufenen Saison ist Alfa Tauri in der Konstrukteurs-WM nur auf Platz 9 gelandet. Auch aktuell sieht es nicht besonders gut aus. Man liegt wieder auf Platz 9. Franz Toost hat selbst gesagt, er traut seinen eigenen Ingenieuren nicht. Man könnte also sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Yuki Tsunoda, der eigene Pilot, hat heute in der Pressekonferenz gesagt, dass ihn das Ganze sehr überrascht hat. Das hat er zwar kurz davor erfahren, aber vor 5 Tagen noch war er zusammen mit Franz Toost beim Essen. Und da hat er sich dann noch gar nichts anmerken lassen. Ich muss gestehen, so ganz überraschend kam das für uns nicht. Es hat sich in den letzten Wochen und Monaten schon ein bisschen abgezeichnet. Es gab immer mehr Gerüchte, wonach Franz Toost am Ende der Saison aufhören würde. Aber überraschend kam dann die Nachfolgeregelung. Es wird eine Doppelspitze bei Alfa Tauri geben. Das hat man bekannt gegeben. Mit Peter Bayer, dem ehemaligen Generalsekretär der FIA, bis 2022 war er dort im Amt. Und er wird in dieser Doppelspitze die Position des CEO, also des Geschäftsführers, übernehmen. Wird sich um die strategische Ausrichtung von der Scuderia Alfa Tauri kümmern. Also hauptsächlich wahrscheinlich die Zusammenarbeit dann mit Red Bull. Man will ja wieder mehr Synergien nutzen. Das Team sitzt nicht nur in Fienzer, sondern auch noch in England mit dem Windkanal. Inzwischen nutzt man ja den gleichen wie Red Bull Racing. Also das ist auf jeden Fall die Aufgabe von Peter Bayer. Auf der anderen Seite wird die Teamchef-Position an Laurent Mäckis vergeben. Und das ist keine ganz große Überraschung. Es gab ja zuletzt schon Gerüchte, wonach Laurent Mäckis von Ferrari wechseln würde. Und das ist auch genau der interessante Punkt. Nicht, dass es Laurent Mäckis geworden ist. Er hat schon eine große Erfahrung. Er hat schon bei Minardi gearbeitet in Fienzer. War dann bis 2014 bei Toro Rosso. Ist dann zur FIA gegangen. Seit geraumer Zeit jetzt bei Ferrari Sportdirektor. Aber der Timeframe, der ist interessant. Denn Laurent Mäckis hat noch einen gültigen Vertrag bei Ferrari. Und Fred Vasseur, der aktuelle Ferrari-Teamchef, der war ein bisschen sauer ob des Timings dieser Pressemitteilung von Alfa Tauri. Weil einfach die Sachen noch nicht geregelt sind. In der Pressemitteilung von Alfa Tauri stand auch, dass Laurent Mäckis nicht sofort kommen wird. Dass man den Zeitpunkt noch abstimmen muss. Und genau das ist eben die Sache. Er hat natürlich sowas wie ein Gardening Leaf und noch einen aktuellen Vertrag. Das heißt, da muss man sich mit Ferrari erst einmal einig werden. Deswegen kam für Fred Vasseur, für den Ferrari-Teamchef, diese Pressemitteilung von Alfa Tauri ein bisschen überfrüht. Er sagt aber gleichzeitig, er will ihm da nicht im Wege stehen. Er kann es verstehen, wenn so eine Gelegenheit kommt, Teamchef-Posten zu übernehmen. Dann muss man das auch wahrnehmen. Für Ferrari bedeutet das, dass man innerhalb kürzester Zeit zwei Führungskräfte verliert. David Sanchez ist erst kürzlich von Ferrari zu McLaren gewechselt oder wird noch bei McLaren anfangen. David Sanchez war zuständig für die Konzeption auf technischer Seite des Fahrzeugs. Laurent Mäckis, der Sportdirektor, also zwei Führungskräfte. Fred Vasseur spielt das alles runter und sagt, das sind zwei Leute von 1600. Das ist nicht so dramatisch. Wir wollen kein Team auf Einzelnen aufbauen, sondern auf Gruppen. Deshalb sagt er, das Team wird dadurch nicht geschwächt. Sagt gleichzeitig auch, das ist eine Chance, das Ganze umzustrukturieren. Ferrari befindet sich ja generell in einer Neufindungsphase, mal wieder. Und der Posten von Laurent Mäckis, der Sportdirektor, soll möglicherweise dann auch auf zwei Schultern verteilt werden, wie es bei anderen Rennstellen so üblich ist.